Auftrag zugewiesen. Lieferparameter aktualisiert. Zeitlimit festgelegt. Angesichts des Zustandes der Patientin habe ich für diesen Auftrag ein Zeitlimit gesetzt. Du kannst die Fracht auch nach Ablauf der Zeit noch zustellen, aber tu alles dafür, es vorher zu schaffen. Ich weiß, wir überschütten dich mit der Arbeit, aber dein BB kann noch etwas warten. Außerdem sollte es ihm schneller besser gehen, wenn du das Hirale-Netzwerk vergrößerst. Ich werde das Hirale-Netzwerk vergrößern. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.